So, ähm, ja, ich färb mir die Haare. Ende. Es gibt nicht viel in Tattwischen, was ich dazu sagen kann. Ich hab mich für eine Farbe entschieden, die ich spontan gefunden hab, weil meine, ähm, ich mein, es ist komplett ausgebleicht, okay, also, ja. Oh, und es ist Valentinstag und so, deswegen, ähm, es war, wenn ich das Video geüploadet hab, ist es schon Freitag und nicht mehr Dienstag. Ähm, ja, so ein paar Sachen, die ich für Valentinstag gemacht hab, für mich selbst, für mein Boyo, für meinen Freund und, ja, was wir so alles an Valentinstag gemacht haben. Es ist nichts Krasses, wie bei manchen vielleicht, oh, wir sind nach Paris geflogen oder, oh, wir sind schick essen gegangen. Wir sind introvertierte kleine Bitches, okay, also, es wird nichts Krasses geben. Also, Haare färben. Hab ich etwa keine Handschuhe mehr? Well, fuck. Ich habe keine Handschuhe mehr. Spiegel, 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 Hallo Spiegel. Ich hätte stylen können, aber ich bin ein faules Stück Scheiße, deswegen tadaaaan! Was ist du da? Mann, Mama, ich mach hier doch grad was! Was hast du gegessen? Au! Hast du diesen Fussel versucht zu essen? Was ist das denn? Was ist das denn? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. 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 Das war's.